moin grüßt euch freunde lieben und herzlich willkommen zu einem neuen folg auf meinem kanal was ist mit ihm ja was wollen wir das lieber das geld weg bringen ab 1,4 millionen jetzt wird dick auto gekauft also freunde warum habe ich sind die blind was haben wir euch angetan so was wollt ihr ja geld habe ich eh nicht dabei wir haben gerade alles weggelegt das sind die waren meine persönlichen medics hat dann sabbel gestern die haben mein freund geknallt dann sind die rausgefahren die haben Sebastian geknallt dann habe ich die so umgescheppert nämlich gerade durchs Tod hätten sie auch selber nehmen können ganz ehrlich warum waren sie so OOC Matt gestern warum waren sie denn gestern so OOC Matt warum haben sie mich dann gefesselt hätten sie auch selbst nehmen können warum waren sie denn gestern so OOC Matt wozu OOC Matt ja dann kauf dir halt eins hast eh genug Kohle haben die ne Waffe ich hab gar nix ja was willst du dann noch ach stimmt die sind ausgeblutet guten Tag da ist er ja der war ja gestern OOC Matt wozu ja dann nimm dir es halt du musst es mir geben oh muss ich nicht ich muss gar nix stück scheiße kann auch alter 4 drücken ne ups das spielstürz ab oh das spielstürz ab oh spiel ist aus oh ups das spielstürz gleich ab das spielstürz gleich ab das spielstürz gleich ab das spielstürz gleich ab halt deine Fresse stück scheiße fick deine Mutter fick deine Mutter hab halt dir viel gedrückt oh man das gibt ne Anzeige das gibt ne Anzeige das gibt ne Anzeige und da hier sieht es was ist denn hier los arbeiten was arbeiten als tik tok her als was arbeitest du als tik tok her Du hast sowohl die alle, oder was? Na, klopp, klopp. Die haben auch geknallt, oder was? Nö. Hab gleich direkt all der Vier gedrückt. Oh, Mann. Oh, Tridan. Das ist der hübsche Mann. Ja? Ja. Sie muss gar nichts machen. Ich weiß, ja, ich auch nicht. Vorher hab ich gefesselt, hat er geguckt in die Tasche, hä? Ist er dumm, hättest er selber nehmen können. Ja. Na, da können wir unsere Kontakte gleich lassen. Und was bringt Ihnen das dann? Nix. Das Telefon bringt mir eh nichts. Ja. Ist eh nichts eingespeichert. Naja, doch, da kann das dann sehen wir. Wen, wen wir eigentlich eingespeichert haben. Und was bringt Ihnen das? Nix.